so meine lieben freunde es wird wieder spannend heute und zwar willkommen zurück zu einem neuen pokémon opening heute mal schwert entschuldet base das ganze 10 zusätzliche karten ja willkommen zurück zu einer neuen folge ich bin euer ben und willkommen zu einem pokémon opening so ich bin gespannt ihr seid es auch schon mal elf aufnahme heute ja mir geht schon langsam die puste aus muss ich sagen aber die party muss weitergehen ich bin mal gespannt schwert und schild base habe ich auch noch nicht geöffnet vorher das ist auch mein erstes mal das schön wenn man es klingt wenn man so sagt ich hab's jetzt nicht ganz gut geöffnet bekommt okay alles klar gut dafür werde ich wieder in der vorhöhle landen warum auch nicht kann man machen ja okay gut ein bisschen unsauber geöffnet das ganze okay ein bisschen unsauber geöffnet so code karte kommt weg so spannend und zwar 10 zusätzliche karten sollen drin sein energiekarte energie zu gewinnen ein tentatel und die fragt läuft die aufnahme überhaupt alles klar wäre natürlich doof wenn es nicht laufen würde so kloppt bros ein volli ein volli auch ein schübsches pokémon volli mit diesen augen versteht ihr so mimeon ein britzige davon habe ich in farbenstock schon so viel gezogen das glaubt ihr gar nicht so ein sensakt der komisches pokémon und als reverse einmal ein goldini ok jetzt kommt die wer haltet euch fest ich halte mich fest ihr auch so als wer karte die 88 von 202 schon mal kein holo kein holo und ein somnivora auch sehr schönes artwerk auf jeden fall aber leider keine holo ja was machen wir dann was nächste mal auf das was heute mit schwert und schild aber was machen wir überhaupt das nächste mal auf ich gucke ja wir machen wir machen special pack special pack das nächste mal man kann es noch nicht sehen aber seid gespannt also zwei special packs habe ich hier drin ging nicht anders deswegen auch zwei sache das nächste mal ich bin gespannt also das booster ist hier drin und das werden wir das nächste mal versuchen erstmal zu befreien so gut wie es geht ich habe sogar eine schere hier okay gut das ist schon mal ein guter plan würde ich sagen so das war es heute mit schwert und schild base hat einmal schade keine holo mit drin gewesen aber ein schönes goldini als reverse einmal ganz nett ne und ja bis zum nächsten mal bei gift band bleibt gesund flauschig bleibt auch spektakulär spektakulär ist wirklich geil also wenn man spektakulär ist dann bleibt auf jeden fall auch spektakulär und bis zum nächsten mal bleib gesund flauschig habe ich schon gesagt und rechts abonniert button einige habe ich noch nicht abonniert das ist es ist nicht schön halt ich dachte ihr wollt hier pokémon openings sehen vielleicht noch geile deswegen bleibt dran ich hier all pokémon opening on the world re-opened hier versteht ihr wir werden ja alles alle pokémon openings die es gibt äh boosters hier einmal öffnen vor allem dschungelpack was ich das nächste mal noch öffnen werde und hier auch das base hat ich mache hier wirklich alles einmal auf deswegen auf jeden fall abonnieren und ja bis zum nächsten mal ähm ja gesund flauschig bleibt habe ich schon gesagt ne ach immer schön weiter zocken also haut sie rein 19 19 22 23 23 24